Hallo, hier ist wieder euer WeHawk und zwar mit einer kleinen Info, The Jiggies of Time betreffend. Ja, man hört es vielleicht auch schon so ein bisschen, ich bin momentan ein bisschen kränklich und habe jetzt gerade so die letzten Tage nicht so meine beste Aufnahmestimme gehabt, sage ich mal. Problem ist jetzt allerdings, dass ich bereits am Ende bin, was meinen Aufnahmevorrat von Jiggies of Time betrifft. Und weil ich jetzt die letzten Tage auch für den Adventskalender auf Konsolenfeiger nicht viel machen konnte, bin ich da jetzt ein bisschen unter Zugzwang und würde ganz gerne diese Woche für Jiggies of Time erstmal nichts mehr aufnehmen und dann ab nächster Woche die Aufnahme wieder starten. Das heißt, jetzt für Jiggies of Time ungefähr eine knappe Woche Pause, das tut mir leid, aber ansonsten komme ich mit dem Adventskalender nicht durch, dann kriege ich nämlich spätestens ab dem zehnten Tag oder so, kriege ich dann glaube ich Probleme. Und weil mir diese ganze Sache sehr viel Spaß macht auf Konsolenfeiger momentan, würde ich das ganz gerne erstmal vorziehen. So langsam kann ich auch wieder ein bisschen Voice-Over machen, das ist kein Problem, aber ist halt noch nicht so hundertprozentig gut. Ja, und Jiggies of Time nehme ich dann ganz entspannt dann ab nächster Woche wieder auf. Das heißt, diese Woche leider keine Folgen mehr, aber nochmal danke an dieser Stelle für das viele Feedback, was ich zu diesem Projekt bekomme. Das macht richtig Spaß mit euch, vielen, vielen Dank dafür und auf jeden Fall kommt da im Dezember noch was, auch zusätzlich zum Adventskalender. Das will ich mir nicht nehmen lassen, weil das Projekt, das macht wirklich viel Spaß. Also, vielen Dank und bis nächste Woche, euer WeHawk. Und nicht vergessen den Adventskalender zu schauen auf Konsolenfalke, hoho. Und nicht vergessen den Adventskalender zu schauen auf Konsolenfeiger.